So, jetzt hat man ein bisschen Mais für die schönen Flügel zu besorgen. Ich habe schon ein bisschen was abgemacht. Ich hole mir den schönen Pott da hinten jetzt mal raus. Nicht schimpfen, Asuka. Nicht schimpfen. Was ist denn? So, was haben wir da? Ich habe da schon vorher ein bisschen Mais reingetan und dann sind noch so ein Blumenkinder drin. So, jetzt kann man es einigermaßen sehen. So Leute, immer schön Mais abrichten. So alles. So. 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 Das war's. Das war's. Nicht rumrütte in Asuka. Welche ist noch mal richtig schön. Weiche. Schön weiche. Ich denke mal die könnt ihr jetzt genießen. So als kleinen Snack. Das muss ich ja vergessen. Ich hab ein bisschen Maischorden. Ich muss die Leute legen. So. Oh. Das war's. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.